Mein Kind, du musst jetzt sehr stark sein. Ich kann dir nur helfen, wenn du mir vertraust. Verdammt nochmal, wer sind sie? Ein typischer Schlag. Nein, siehe hier das Zeichen des Herrn. Fliegt, ihr feindlichen Mächter. Also denn, wir schwören wir dich, du verfluchter Drache, und den ganzen teuflischen Anhang bei dem Heiligen Gott, bei dem wahren Gott, bei dem allmächtigen Gott. Flieh, Satan, du Erfinder und Meister, allmitte Rucks. Wir treiben dich aus, du reiner Geist. Wer du auch sein wachst, jede teuflische Legion, Vereinigung oder Sippe, wir treiben dich aus mit der ganzen Kraft unseres Herrn. Nein! Wir treiben dich aus! Wir treiben dich aus, wir treiben dich aus, im Namen Jesu Christi, wir treiben dich aus. Mit Worte treibst du, wir treiben, wir treiben dich aus. Wir treiben dich aus, wir treiben dich aus, wir treiben dich aus. Mit Wurzeln sei dich, du, und verdrehen. Oh, Lémy, de frilsamitié. Mein Kind, mein kleines Kind, das wollte ich nicht. Mein Kind, mein kleines Kind, das wollte ich nicht. Das habe ich wirklich nicht gewollt, wieso hat es nicht auf mich gehört, wieso hat es mich dazu gezwungen, dieses kleine Mädchen? Das war's für mich. 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 Das war's für mich.